It's time to talk Hi Freunde, willkommen heute zum Test und zwar sind dran die Limited Edition Signature Range bei Klasik Raketen Bei Klasik heißt auch von Klasik, wir haben in dem Set 5 Raketen drin Jede Rakete hat eine NEM von 65 Gramm, sprich das ganze Set kommt auf eine NEM von 325 Gramm Hier könnt ihr es sehen, genau Und ja, es ist ein eigentlich F3 Artikel, beziehungsweise in Österreich ist es F2 Und dann würde ich mal sagen, preislich lagen wir hier bei 19 Euro für die 5 Raketen Und ich würde mal sagen, schauen wir uns die Raketen an und bilden uns unsere eigene Meinung Bis gleich draußen, zur Zündung So Freunde, wir testen jetzt noch die 65 Gramm Raketen von Klasik Fünf Stück enthalten im Set und das Set kostet 19 Euro Auch noch schöne Raketen So, vielleicht mal die nächste So, vielleicht mal die nächste So, jetzt geht's So, jetzt geht's Nummer 2 So, jetzt geht's auch sehr schön blaue sterne und gold so nummer vier also da im blinker hatte gerade echt lange standzeit so und nummer fünf also von mir jetzt schon mal eine kaufe empfehlung ganz ganz klar also schöne raketen für den preis so freunde das war's von dem set macht's gut bis zum nächsten video schrecklich